Nachdenkseiten Die kritische Website Das US-Magazin und die Zensur Von Tobias Regel Unterdrückung von Informationen wirft ein Ex-Mitarbeiter dem US-Medium Newsweek vor. Er begründet den Vorwurf mit einem detaillierten internen Bericht über die Gepflogenheiten in der Redaktion. Wenn die Aussagen stimmen, dann bieten sie wichtige Einblicke in die Welt der westlichen Pressefreiheit. Einblicke in das Innenleben eines großen privaten US-Mediums wurden dieser Tage bekannt. Der britische Journalist Tarek Adat hat seine Stelle bei Newsweek gekündigt. Nach eigener Darstellung, weil sich das US-Nachrichtenmagazin geweigert habe, seine Informationen über eine gelegte E-Mail aus den Reihen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, zu veröffentlichen. Über den Vorgang bei dem Medium hat er nun einen detaillierten Artikel geschrieben. Inhaltlicher Hintergrund des Konfliktes zwischen Adat und Newsweek ist der mutmaßliche angebliche Giftgaseinsatz vom 7. April 2018 im syrischen Duma, wie etwa RT berichtet. Für diesen mutmaßlichen Angriff hatten westliche Staaten und Medien in unseriöser Weise umgehend die syrische Regierung verantwortlich gemacht. Woraufhin Syrien eine Woche später von den USA, Frankreich und Großbritannien mit Marschflugkörpern angegriffen wurde. Der im März 2019 veröffentlichte Abschlussbericht der OPCW stützt diese Schuldzuweisung. In der von Adat thematisierten E-Mail zeigte sich deren Verfasser dagegen erstaunt darüber, dass die OPCW in ihrem Bericht die Fakten falsch darstellt. Über diesen Vorgang wollte Adat berichten. Er wurde aber mastiv daran gehindert, wie er nun sagt. Auf der Homepage von Newsweek war bis dato keine Erklärung zu dem Vorgang zu finden. Als Reaktion auf die angebliche Informationsunterdrückung durch Newsweek hat Adat nicht nur seine Stelle aufgegeben und dies in einer Reihe von Twitter-Botschaften öffentlich gemacht. Er hat, wie gesagt, noch nachgelegt und vor einigen Tagen einen langen Bericht zu seinen Erfahrungen bei Newsweek verfasst. Unter einem integrierten Link finden sich Adats zuvor bei Newsweek veröffentlichte Beiträge. Adat hat nach einer Ausbildung bei Press Association bei der Hall Daily Mail und der ITB Times UK und schließlich bei Newsweek gearbeitet. Stimmen die Anschuldigungen gegen Newsweek? Hier soll aber auch betont werden, dass diese Aussagen Adats bisher Behauptungen sind. Eine direkte Überprüfung seiner Schilderung ist aktuell kaum möglich. Daher sollte beim Lesen seines Artikels die Frage mitschwingen, stimmt das alles? Auch die Erfahrung, dass Abrechnungen enttäuschter Ex-Mitarbeiter teils mit großer Vorsicht zu genießen sind, sollte in die Beurteilung einfließen. Andererseits ist der Bericht von Adat geradezu detailversessen und wartet mit zahlreichen und anscheinend stimmigen Belegen auf. Vorausgesetzt also, die Anschuldigungen von Adat sind zutreffend, dann ist sein Bericht ein weiterer Beitrag zur Enttarnung jener Heuchelei, die im Westen rund um die offiziell geheiligte Pressefreiheit praktiziert wird. Darum sollen hier, nochmals mit dem Vorbehalt der Seriosität der Aussagen, einige Stellen aus dem Artikel zitiert werden. Der Artikel liegt nur auf Englisch vor und laut Adat hat bisher als einziges großes Medium der US-Sender Fox News über seine Kündigung berichtet. Fakten unterdrücken im schicken Büro Der arabisch-russisch-stämmige Brite Adat führt folgendermaßen in den Artikel ein. Zitat Bis vor einigen Tagen war ich Journalist bei Newsweek. Zitat Ende Adat stellt auch allgemeine Überlegungen zum Prinzip Shoot the Messenger an. Zitat Wenn die dargestellten Tatsachen völlig ignoriert und die Boten selbst auf diese Weise gekreuzigt werden, signalisiert das den Rechtschaffenden, wer die wahren Urheber der Lügen sind und wo die Wahrheit tatsächlich liegt. Zitat Ende Das Verständnis der Welt implodiert Eindringlich beschreibt er, warum die Kette der falschen Berichterstattungen dringend unterbrochen werden muss. Wenn unsere Aufzeichnung darüber, woher wir kommen, fehlerhaft ist, stapeln sich die neuen Lügen auf den alten, bis unsere Verbindung zur Realität so unzusammenhängend wird, dass unser Verständnis der Welt letztlich implodiert. Dass Adat kein Naivling ist, der erst bei Newsweek plötzlich von der bitteren Realität des Nachrichtengeschäfts eingeholt wurde, macht er ebenfalls klar, wenn er sagt Natürlich ist dieses Versagen des Mainstream-Journalismus, von dem ich spreche, für diejenigen, die darauf achten, nichts Neues. Trotz dieser Haltung war Adat geschockt. Zitat Zitat Ende Verschwörungstheorie Adat beschreibt auch nachvollziehbar seine Meinungsbildung zum Thema Syrien, jenem Komplex, der schließlich zu seiner Kündigung führte. So erlebte er den Umgang vieler Medien mit wichtigen Journalisten wie Seymour Hersh oder Robert Fiske als eine der beschämendsten Episoden in der Geschichte der Presse. Er fährt fort Im Zusammenhang mit der türkischen Invasion in Syrien stieß Adat dann auf Ungereimtheiten bei der OPCW. Zitat Als ich diese Geschichte untersuchte, stieß ich auf immer mehr Beweise, dass die von den Vereinten Nationen unterstützte Untersuchungsstelle für den Einsatz chemischer Waffen, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, einen gefälschten Bericht über einen angeblichen chemischen Angriff in Duma im April 2018 herausgab, sehr zum Ärger der OPCW-Ermittler, die den Schauplatz besuchten. Zitat Ende Erneut Zitat Das ist keine Verschwörungstheorie, wie Newsweek traurigerweise in einer Erklärung gegenüber Fox News, interessanterweise die einzige Mainstream-Publikation, die über meinen Rücktritt berichtete, sagte. Das ist alles, was ich berichten wollte. Zitat Ende Doch dieser Bericht war laut Adat in der Newsweek-Redaktion unerwünscht. Den folgenden internen Vorgang und den bitteren Umgang von übergeordneten Kollegen mit seiner Person beschreibt er sehr detailliert, Diese beschriebenen Vorgänge, vorausgesetzt sie haben so stattgefunden, sind skandalös und könnten als Blaupause für medieninterne Zensurstrukturen dienen. Mutmaßlich sind ähnliche Mechanismen, um unliebsame Beiträge zu verhindern, also die Isolation und Verunsicherung von problematischen Autoren in zahlreichen großen Medien zu verzeichnen. Adat hat schließlich das Handtuch geworfen. Zitat Das ist nicht hinnehmbar und ich bin zurückgetreten, als mir verboten wurde, darüber zu berichten. Zitat Ende Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.